So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, so, wir haben jetzt das letzte Mal den Urtbrunner geholt, also eben den World of Urt geholt, und ja, jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir mal in die Umwelt und gucken, wie es dort aussieht, wahrscheinlich so wie immer, aber man weiss ja nicht. Ragnarok. Our only chance is to stop Gagarancis before he opens the gates and releases him. Okay, also das heisst wir haben da auf der Oberfläche etwas, und da ist Bearcraft, und da sollten wir wirklich schnell das Zeug holen. Protect the well, we must not let it be destroyed. Ja, das ist gut. Ah, da hat's Gold, wunderbar. Also, Jungs. Also, schon gehört, danke. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Okay, für mehr reicht's noch nicht, also ihr geht jetzt mal holzen. Nicht zart, nicht zart, sondern holz. Alles schaut egal. Okay. Tempurschweck. Genau, was macht ihr jetzt? Hier ein kleiner Grupp für Snopper. Okay, ja, doch relativ klein. Und da wird ihr relativ schnell. Tempurschweck. Und das Ding da holen müssen wir vorher das Tor, ja genau, das Tor geht rauf, ha? Sollten wir kill the fire giants... Okay, sollten wir die wirklich schnell erledigen. Und deswegen gehen die Jungs schon mal vor. Die sterben wir hier nicht. Und dann können wir noch kurz irgendwas aufbauen. Und raus. Cool. Ja, wir können die Doss verbrechen. Nein, wir müssen alleine überlegen. So. Ja, gut. Hier. Okay. Production. Okay, ja, so. Ich bin auch am Kämpfen. Wunderbar. Aha. Ja. 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 Reicht. Gut. Warte. Warte. Teile sie. Okay. Ich bin gerade auf Ajax und auf... Russische. ...Karen Udiwan. Ja. 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 aro ... Ja,� mal mit dir sein. Ja. No. Nee. three of you. Ja, bisschen war. Ja. Danke, Germany. Ich könnte inzwischen so was machen, oder? Something. Something. Yes. Woo! Okay. Ah! 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 Okay, es lebt immer noch alle. Okay, dann fängt er bloß weiter hin. Was soll das? Was ist das Kleiner? Oh, das ist eine Ruhe gekommen. Gibt es einen anderen Weg? Ah! Ah, jetzt haben wir den gewählt, hm? Okay, Jungs kurz fallen und dann weiter. Hier haben wir auch schon einen anständigen Club. Oh verdammt! Also eben relativ schnell. Ja! Järbil! 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 Weil dann sind unsere Helden nix mehr mehr. Und dann haben wir auch noch einen Järbil! 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 Okay, was ist das? Okay, das will sterben. Ah, live hier... Järbil, Kippel! Järbil! Alter, raus! Oh, ich kippe, das ist ein Landtele. Oh oh! Okay, Jungs, macht das Ding klar, mein Glück schnell, hm? Oh, da oben haben wir sowieso nichts. Wer ist da? Sat. Ah, was, 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 was? Ja. Frechartypa. Ja. Okay. No. Ah, ja, okay, gut, das war jetzt wirklich für michs. Wo ist Ajax? Ah, ich wusste noch. Die haben sie jetzt alle weg, hm? Alle da nach hinten weg, dass ihr sie heilen könnt. Ah, Pryde, da war... Hallo? Jetzt wird der Pryde aber frech. Was ist das überhaupt? Pryde mich da. Ah, er hat mich da kampen. Egal. Macht, was ihr für nötig haltet. Okay. Also das Ding darf nicht drauf gehen, aber das richtig verstanden. Ah, da unten. Ha, 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 ha. Gut, ja, genau das machen wir. Ah, genau. Ah, was nicht stärker ist. Schlecht wie nichts. Okay. Für ihr da oben müsst das jetzt halten. Bitte, Jungs. Also eigentlich sollte ich den Nachschub liefern, aber ist ja egal. Cool, dann gibt's noch eine Pauke drin. Ah. Kopfisch. Verdammt, das sind viele E-Levels. Verdammt, viele E-Levels. Das ist so cool. Okay, es sind schon 20%. Okay, Jungs, 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 weg, 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 weg. Ah, super, jetzt ist er gestorben, ja. Ah, da lachen die da unten drüber. Ach, schade. Okay, haben wir da drücken. Cool. Skipper, ja. Ah. Ja, das ist vielleicht cool. Mal überleben, hier ist vielleicht etwas länger. Oh, keine Ahnung mehr. Oh, hoppa. Da hat's noch. Ach, grönt, schweck. Was? Skipper. Alle gehen hart, wunderbar, weiter geht's. Also eigentlich könnten wir jetzt auch noch die Typen da umbringen. Vielleicht. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Oh, ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Ja, ich bin so. Ah, wir haben da Nachschubtruppen, cool, vielleicht sollte ich den mal raunterschicken, aber auch nicht. Ok, weiter. Ich lasse den H-Hacks einfach so liegen. Hm, ok, nein, noch nicht. Immer mal andere, immer mal andere, was soll das? Das ist im Fall völlig unkurios. Dass er immer die Frauen fertig macht, das ist... Also, ich weiss nicht, ich habe es gelernt, man sollte keine Frauen schlagen. Obwohl, Frauen lernen ja nicht, dass ich keine Männer schlagen soll. Oh, kein Fisch! Oh, kein Fisch! Oh, kein Fisch! Nein, 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 nein... Ok, Jungs! Ok, Jungs! Jetzt setzt er die einfach, ja genau, genau, super, genau so wollte ich sagen, dass er einfach so rüberlauft, ohne die halbe gegnerische Armee aufzuwecken, aber er ist das jetzt? Bergerensis, super, wunderbar, auch Fisch, ok, also ihr kriegt keinen Nachschub, dann müsst ihr den Fidemens am Leben. Ah, fertig, ha, und mein Dorf steht noch. Oh, Fisch, ok. Ah, der Grenze ist aber noch trocken, leider. Chiron! Go! No! Akantos, wir müssen gehen. Es gibt nichts, was wir für ihn tun können. Ok, also der Kurs der Hilfe aller Zeiten, der uns immer gerettet hat, Chiron ist jetzt tot. Eins für allemal. Und, äh, ok. In dem Fall werden wir das nächste Mal seinen Tod rächen. Und weil wer jetzt ist, das wird ja sehr leid, glaubst man. Jedenfalls, äh, das war's mit dieser Folge, schnell erledigt. Und, äh, ja. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschau!